In einem Land, in dem der Lebenslauf noch mehr zählt als bei uns Und man den Chef aufs Wort gehorcht fast wie ein Hund Die man dort übrigens auch isst im Restaurant Dam-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam Da gab's viele Sänger und er war noch zu mir schon Der hat nicht gern im Fernsehen oder Radio gesungen Sogar direkt vor dem Publikum So wie wir hier gerade, hallo Zurück zur Story, er hat wie gesagt gesungen Und zwar die traurigsten Lieder der Welt Von seinem tausendsten Gig zurückgekommen Alles ist falsch, du, denn er brachte sich um Der Kurt Cobainte sich in 1996 Gib sein Name in YouTube ein und wein' Wir buchstabieren ihn dir K-I-M-K-W-A-M-G-S-E-O-K-I-M-K-W-A-M-G-S-E-O-K-I-M-K-W-A-M-G-S-E-O-K-I-M-K-W-A-M-G-S-E-O-K-Kim-K-Fan-Zeo Du warst der Pumptin von Korea, du bist Koreas Kurt Cobain. Deine Stimme klingt wie Ewigkeit, wie Tränen. Du warst der Pumptin von Korea, du bist Koreas Kurt Cobain. Deine Stimme klingt wie Ewigkeit, wie Tränen. K-I-N-K-W-A-N-G-S-I-O-K Nach seinem tausendsten Konzert, hat er sein Zimmer zugesperrt. Er war 32 Jahre alt, jung, er hat von unserer Fröhlichkeit und unserer Heiligkeit gesungen, nur hat's keiner verstanden. Weiß auf koreanisch schwarz und ist vor 96 noch kein YouTube-Gaden. Er hat gesungen für die Leute mit kleinen Stimmen wie uns und wir hören jetzt hin, wie buchstabiert man nicht gern. K-I-N-K-W-A-N-G-S-I-O-K 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 Bis zum nächsten Mal.